Regiomarkt ist die Plattform für regionale Produkte. Regiomarkt hat das Ziel, Gastrobetriebe die Suche nach regionalen Produkten und Anbietern einfacher zu machen. Ich bin Phil, der Gastrobetriebleiter. Wieso ist es so schwierig, qualitativ gute Lebensmittel aus der Region einzukaufen? Es gibt doch genug Bauern in der Schweiz, die genau das produzieren. Leider fehlt mir der Draht zu den Bauern, um ihr Angebot kennenzulernen und direkt bei ihnen einzukaufen. Deshalb bin ich auf den Großmarkt angewiesen, um effizient einzukaufen. Ich bin Bea, die Bäuerin. Wieso bekomme ich immer weniger für mein Obst und Gemüse? Auch die Einnahmen aus meinem Hofladen helfen nicht wirklich weiter. Leider fehlt mir der Draht zu den Abnehmern, um ihnen meine Produkte vorzustellen und direkt an sie zu verkaufen. Deshalb muss ich meine Produkte unter Wert verkaufen oder sogar als Futter verwenden. In der Schweiz gibt es 50.000 Bärs und 33.000 Filz. Dabei werden Waren im Wert von knapp 20 Milliarden Schweizer Franken umgesetzt. Die Lieferketten sind intransparent, fragmentiert und teuer. Eine effiziente Abstimmung von Angebot und Nachfrage wird dadurch praktisch unmöglich. Mit Regiomarkt wollen wir diesen Markt von Grund auf neu definieren. Unser USP ist die direkte Kommunikation der Bauern und Gastronomen. Regiomarkt macht es möglich, regionale Anbieter wie Bauernhöfe einfach zu finden. Es ist sichtbar, welche Produkte ein teilnehmender Anbieter hat. Es ist auch möglich, bestimmte Produkte zu suchen, zu analysieren oder zu überwachen. Eine Liste von interessanten Produkten kann zusammengestellt werden. Regiomarkt bietet die Möglichkeit, historische Preisdaten zu visualisieren, um den beste Zeitpunkt für preiswerte Einkäufe zu finden. Die Preisdaten lassen auch Prognosen ableiten, welche eine effiziente Menü- und Einkaufsplanung ermöglichen. Die Plattform meldet sich auch, wenn überwachte Produkte ein besonders gutes Preis-Leistungsangebot aufweisen. Wir sind bereits erfolgreich in der Region Baden gestartet. Nun werden wir unsere Kundenbasis, unter anderem mit einem zielgerichteten Referralprogramm, weiter ausbreiten. Um unsere Plattform wirtschaftlich zu betreiben, bieten wir den Bauern Premium Abos an. Zusätzlich verrechnen wir eine 2%-Kommission auf die Verkäufe. Dank den zahlreichen Funktionen, die Regiomarkt seinen Usern anbietet, vernetzen wir Phil und Bear. Dank Regiomarkt kann ich endlich meinen Gästen regionales Essen zu fairen Preisen anbieten. Genau. Regiomarkt, regionale Produkte in bester Qualität und das preisgünstig. Ich investiere in Regiomarkt. Du auch?